Ja, guten Morgen Leute, hier der Güdigmarkt. Unser wochenden Preis-Update Donnerstag heute. Wir haben tolle Ware da, so Donnerstag, Freitag, Samstag, unsere Preise gelten. So, vorweg, gestern hatten wir das Fleisch-Video drin, Preise sind aktuell. Komm mal mit, was haben wir heute im Kopf? Also hier haben wir die Blaubeeren, die Schale. 1,49 Euro, Leute, das sind 250 Gramm. So, Erdbeeren haben wir in den Schwung reingekriegt, 250 Gramm in der Schale, 1,29 Euro oder zwei Schalen für 2 Euro. So, Pantelmusi, das Angebot kennt ihr, wollen wir sagen, hier haben wir leckere Weintrauben, kernlose, dunkle, kleine Dinger. 99 Cent, die 500 Gramm Schale oder drei Schalen, 2 Euro. So, Kiste Clementin, das sind 2,3 Kilo drin, sowas kostet 2,99 Euro. Kleine Dinger. So, Mangornrot, kennst du? Was sagst du? Kleine Dinger. Du schon wieder, ey. Okay, hier haben wir eine Honey Glow Ananas, die haben wir letztens auch schon da gehabt. Die kostet 3,99 Euro, Leute, aber das ist wirklich was Feines, das. Die müsst ihr mal probiert haben, also süßere Ananas gibt es nicht. Honey Glow, merkt euch das. Orangen im Beutel, so 1 Euro, richtig leckere Dinger. Äpfel haben wir da, 99 Cent. Kartoffeln, 5 Kilo, mehlich kochen, der Sack, 1,49 Euro diese Woche. Schau dir mal an, was wir hier alles Schönes haben, aber komm mal mit, wir haben noch weitere Handel. Schau mal, hier, schau mal, 750 Gramm im Netz mit 89 Cent die Zitron. Da haben wir schönen Grünkohl, 2,49 Euro das Kilo. Lose in der Box drin. Sehr schön. Blumenkohl, 1,79 Euro das Stück. Geh mal durch. Kommen Sie durch. Geh mal, hör mal durch hier. Alles Gute. Hör mal durch hier. Dann haben wir hier auch einen Kracher bekommen. Janni, schau mal hier. Was hast du da? So, das sind Roma Tomaten, die sind leicht eierförmig. Ich weiß jetzt gleich, wie viel sind es hier drin? Hilfe, 500 Gramm. 500 Gramm, 79 Cent, die Schale. Oder zwei Schalen, 1,30 Euro. Eier. Eier Tomaten. So, fangen wir mal zu den Tomaten. Schau mal hier. Hier haben wir super leckere Strauchtomaten. Das Kilo für 1,49 Euro diese Woche. Das ist echt ein Kracker. Die sind auch lecker hier. Ja, die kleinen sind natürlich auch sehr lecker. Für 3,99 Euro das Kilo. Dann kann man sie ein paar mitnehmen. Oder hier die leckeren Tomaten. Ja, das ist auch was Feindes. So, dann haben wir noch voll. Hallo. Dann haben wir hier noch Fabrika im Beuchel, 99 Cent. Dann haben wir da drüben, schau mal. Süßkartoffeln, 99 Cent, das Kilo. Leicht und lecker. So, Sherrytomaten, 250 Gramm Schale, 69 Cent. 3 Schalen für 2 Euro. Oder 9 Schalen, eine ganze Kiste, sogar 5 Euro nur. Hier, schau mal. Ganze Kiste Orangen. Leute, das sind hier 15 Kilo bestimmt drin. Oder mehr. 9,99 Euro diese Woche. Das steht hinter dir und hält die Kiste. So, Klementin, türkische Klementin haben wir da. Brat-Klementin aus Spanien haben wir da. Hier aus Italien nochmal Klementin da. Sogar hier die ganze Kiste 10 Euro. Könnt ihr aber auch lose haben. Da ist 2,99 Kilo. Da haben wir schon mal recht für 1,99 das Kilo. Und die Schoko-Orangen sind natürlich auch wieder aufgefüllt für 2,99 das Kilo. So. So, hier haben wir auch was Leckeres. Leute, schaut mal. Es sieht aus wie ein Apfel. Ist aber eine Birne. Das ist eine türkische Kamelbirne. Kamel-Birne. So, aus Sprechen ist es sehr schwer. Richtig lecker. Sollte die mal probiert haben. Das Kilo kostet 2,99 Euro. So, ich denke, das war's, ne? Das reicht. Ich freue mich, wenn wir uns hier im Markt sehen. Wie gesagt, gestern war Fleisch-Video drinne von Mustafa Sellal Theke und von Jannis Theke hier. Also schaut euch das Video bitte auch nochmal an. Und ja, wir hoffen, wir sehen uns hier im Markt. Leute, bleibt gesund. Bis dann, ne? Ciao. Tschüss.